Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Yannick und Berkhan98 spielen ein altes Spiel. Verliss mich nie. Wo ist Cain? Da ist Cain. Und zwar, vielleicht habt ihr gesehen. Dreh dich mal um, Cain. Ich blase dich ein. Ja, guck mal, da ist der gute Cain. Und zwar, Steam hatte ein super Angebot und wir spielen jetzt Cain and Leash 2. Dein Euro spielt, der Tutorial sitzt hier gerade. Oh, alles verpickt. Oh, 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 Schütze. Nein, er hört dich nicht, er hat eine Waffe. Das ist der erste Yannick, hier. Sehr witzig. Nur für den Fall. Wir müssen ihn kriegen. Los, komm. Aber ich will ihn lassen. Angriff. Ich will doch nur hin. Jetzt wird er nackt rum. Alter. Das laufen muss aber so, ja. Alter, ist das anstrengend, das Spiel. Das wäre, wenn man durchgeht, bekifft, ne? Das ist halt schon. Die kann man nicht abballern. Nee. Wo ist der nackte Junge? Da ist der nackte Junge. Wo ist der nackte Junge? Leute, Cain. Gang am Style, Junge. Wie sprintet man? Mit Shift. Ja, ich spür mit Gamepad. Reindrücken? Vielleicht? Nee, damit... Warte auf mich, ich hab Psy getroffen. Der war interessant. Nee, nee, nee. Das muss ich mit dir tun, ja. Okay. Healer. Enjoy the donkey. Ja, sorry. Fernsehen, Fernsehen, nur so im Gesand. Alter, ich hab mich gedreht. Alter. Ah, ich hab einen getötet. Oh Gott, wieder auf den Tisch rumgepackt. Hast du das gesehen? Nee, leider nicht. Getroffen! Oh Gott, sieht das... Wie das rum... Keine Ahnung. Mir egal. Alter, wir... Hast du auch dieses... Durchgames so hin und her, als wenn... Ja, das sieht richtig scheiße aus. Äl... Gott, ey. Ich bin... Okay, ich bin outplayed. Wie geht das? Du schaffst das, ich glaub an dich. Ich glaub auch an dich. Ich komm mit rein. Welche Taste muss ich drücken? Wo muss ich hin? Oh. Hehehe. Und runter. Hast den Weg! Was haben wir uns da angetan? Ach, hier, die Treppe runter. Kommst du auch mal? Ich schaffst das nicht. Ich spiel's alleine durch. Ja, ich spiel's dir immer noch vor dem Billen. Oh, oh. Was ist da passiert? Okay, das geht so. Runter! Runter! Reinige Scheiße! Alter! Hin! Versuch uns mit dir von rechts zu schnappen! Was? Wie kannst du aus der Entfernung noch mit mir reden? Ich spiel mit Gamepad, ne? Also, deswegen. Da kommen noch mehr! Ah, da sind noch mehr! Überall, dass ich halt, die mich umbringen wollen! das land und ich lieg auf den boden aufstellen sorry wenn ich rumbrille du bist freundlich ich mag freundliche menschen das sieht einfach nur schlecht aus das spiel ich hab's geschafft ja jannik hast du jetzt gamepad rausgeholt oder wie ne ich hab einfach meine taster zupus geschlagen ja alle taster auf einmal gedrückt ne blöder kleine kackaffe stirb doch und ich bin tot hilfe nein geh nicht ins licht what the fuck du bist tot du bist jetzt bei mir weil ich hier stand ich gerade auf die baggen bei mir durch die dings durch also der vor allem das ist die zensierte version da die deutsche version gibt es nur in zensiert ne ja genau er hetzt uns die ganze stadt auf den hals wie gesagt weil es das ist wie man sieht wie es aussieht ne das ist das kann man sich ändern das ist es ist krass aua ich werde getroffen aua von allen seiten hilfe ich liege ich bin tot nochmal du hast ja eine schrot ich habe nur eine wache wir stehen dafür also ich werde sie glaube ich nicht viel schneiden müssen harakiri du meinst muzzlechop mittlere gebäude dacke bam bam der ist tot und ich nehme seine waffe lebst du noch leute ihr müsst wissen ihr seht ja meine meine sicht und ich habe das spiel auf ultra high gestellt wo bist du vorne wo ist vorne naja dann bist du da durchgegeben hä wo bist du lang das spiel ist kompliziert ach hier ist ne garage auf ist das koks hier überall wenn du stehen das ruckelt dein bild dann auch so so als wärst du besoffen schaukelt so ein bisschen ich kann den unterschied nicht mehr erkennen weil es in der ganze Zeit deckung gehen deckung wir stehen halt ineinander wir stehen ineinander den ganzen wir stehen wo ist er hin wo ist er hin da lang attacke da teilen wir den bastern eine lektion komm schon hey da kann man nicht erschießen man muss halt irgendwas am ende laufen ne ah jetzt aber heute selbst in der switchsequenz ist das vor allem die ist unten rum ist zensiert und oben rum hat sie noch ein BH an und sie ist tot ja der wichtig war und na dann komm reden wir he 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 hey ganz ruhig auch zensiert ja da muss ich nichts mehr zensieren danke was sollte das denn das für eine lasche für dich was zum teufel ist hier los sie hat sich umgebracht siehst du doch hast ein mädchen erschossen scheiß habe ich ja ja toll jan toll jan warum kann man das nicht überspringen alter überfordere mich nicht ich habe mich überflogen zur vorwarnung Prozent aber wie wichtig so da da bin ich auch gefahren du stecke fest du steckst ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin dabei ich bin 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 nicht ich bin ich bin ich bin ich bin nicht ich bin hier ich bin das keine gerade keine in zu allem das du sprich Eier da war ein Typ mit Leckermann zurück ich hab keine Waffe bei mir, das ist jetzt Spaß einer ist, einer ist rechts tot das ist nämlich ein 3D-Spiel wir müssen dem Auto hinterher ich habe herausgefunden wie man sprintet mit Gamepad ja nein, er lebt doch was denn jetzt, entscheid dich doch mal, tot oder leben? tot leben, tot leben, tot leben ich liege, ich liege, oh Gott muss doch aufstehen muss doch aufstehen was zum steifeln beweg dich Kane der ist es getroffen nitsch hilf uns hier Kane sie stecken fest alles klar, ladies ja, blenden, das glaub ich euch hol sie raus, schnell das Spiel ist einfach super kann ich schon fast mit Gangster-Sniper vergleichen ja, so geil? ja, so geil da musst du doch aufstehen das Spiel ist schon noch ohne Kuchen das ist so ein Grafikbunner wir haben nicht mehr gesehen, du? oh Gott, ich liege schon wieder oh, die Polizisten sind gegen uns die Polizisten sind gegen uns die Yakuza platzern 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 nach da lang, wo die Pfeile auch lang gehen ah was ist, warum ist da das Spiel ist komisch das war ein 3D du musst die 3D-Brille auf naja, stimmt, ich hab hier noch ne 3D-Brille liegen jetzt ist voll krass also ohne Scheiß was war da draußen los? jetzt macht euch nicht ein Cent schließlich wär ich fast raus macht ihr nicht ein Cent? ja, ich mach mir nichts ein Cent Krieg wir brauchen einen Plan gibt's hier einen Ausgang? nein, wir sind in einer Tiefgarage hier gibt's keinen Ausgang nur einen Eingang ja, ja, irgendwas ich höre ich höre ich höre ich höre ich will kein Wunder schießen mit viel scheiß gut Wunder zum Ausgang ich höre ich höre Wunder ich höre ich hab den Wunder schossen es tut mir leid das im Endeffekt Waffen die Befotorin nicht sterben Fertig geflogen es gibt aber auch noch mal das sind der dritte klatschen ist das Problem kann man keine Granaten werfen Nein! Nein, ich liege aufstehen! So, ich hab mal nach Schuss. Und damit mach ich Sache. Damit machst du Sache. Okay, da ist ne Wapp. Kommt der raus zu stehen. Karakiri, Vicky Air! Oh Scheiße. Was ist da Polizistin? Hä? Hä?! Auf deinen Hör! Wo?! Wo?! Wie?! Nein! Aua! Ich hab keine Waffe, das belassen! Gerade! Jetzt! Aua! Oh, nein! Oh, shit! Ach so, das glatze! Ich versteh dir das Spiel nicht, ne? Das ist... Ja, das ist so krass! Der kam auf die Idee, das zu spielen? Ach ja, ich! Aber wir dachten, für einen Euro kann man eigentlich nichts falsch machen, ne? Ja, das war eine gute Aussage, wie ich fand! Das fand ich auch! Steht die negativen Bewertung? Ach, das macht so Spaß, das Spiel! Okay! Es wird schon alles gut! Ja, es wird alles gut! Das denk ich mal nicht! Nein, ich glaub auch nicht! Wo ist der Ausgang? Da? Die stehen da schon so blöd vor! Die stehen da schon so blöd vor! Ja! So, jetzt hab ich wieder zwei Waffen! Super! Ach, ich brauch noch ne zweite Waffe! Gut, warte! Munition! Und... Naja! Guck mal! Gut! Hier? Eigentlich nicht! Oder? Da? Oh! Rolltroll! Ah! Ja! Jetzt läuft er anders! Boah, Junge! Boah, diese Zwischensequenz gerade! Hast du diesen Übergang gesehen? Das ist ja... Ja, war richtig phänomenal! Ja! Das ist Drogen! Das ist wie damals bei uns, dass wir mit der Partie FD angekommen sind. Genauso viele Übergänge sind! Warum gehen wir schon wieder runter? Weil unten ist der Hamster! Die Jungs müssten auf der anderen Seite dieses Gebäudes machen! Und dann wurde es genauso gut wie jeder andere! Ich hasse Kops! Ja, ich hasse auch Kops! Gebrühe! Okay! Gebrühe! Oh, Jannik! Mit deinem Leben gerettet! Nicht gut genug! Wie sollen wir da rüberkommen? Wir trennen uns! Nein, nicht trennen! Ich muss auch rechter! Kann ich auch so und fast das gut, das ist ja schon! Kannst einfach! Geh der Boss! Geh der Stich jetzt! Was ist denn zwischen die beiden? Da sind sie sich! Oh! Wir halten erstmal die Aufbeteiligen ins Gebäude! Wir dürfen sie nicht einlassen! Uah! Sie stehen klein! Oh! Wie du bist tot. Da war einer, den ich nicht gesehen habe. Wir halten erstmal die Augen offen. Das ist also... Ich muss sagen, wie das Effekt hat. Entschuldigung. Da würde ich gerade einen Marvel filmen. Schon krass, ne? Das neue Farc weitergehen ist ein Witz. Ja. Das ist auch so mein Eindruck, wenn ich M5. Deswegen habe ich M5 auch zurückgegeben. Das ist was Neues! Mit! Mit! Und noch von der Straße! Verlaub auf mich zugeht! Nein! Willen! Oh! Kann man dich ja nicht wiederbeleben. Ich glaube schon, in der Zeit. Freund helfen! Freund helfen! Jawohl! Aua! Ja, wenn man auf Polizisten schießt, dann weiß man ja, Polizisten halt im Meer aus. Oh! Das Taxi ist da! Das Taxi ist da. Also, das ist das. Das ist das. Der Schuss. Oh Ups, 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 Ups Du hast geültes Lauf Aua Aua Lass uns so feiern Jetzt haben wir das Spiel durchge... Wir haben das Spiel durch Jawohl, jetzt haben wir mit dem Fluchtwagen Wo wir jetzt gerade so schön mit dem Auto fahren, würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, dieses wundervolle Spiel für euch zu spielen. Nicht. Ich hoffe, ihr hattet aber Spaß und somit lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und ciao. Ciao. Ciao.